Die RCT Power revolutioniert mit ihren innovativen Solarwechselrichtern und stationären Batteriespeichersystemen die Nutzung von Solarenergie für wohn- und gewerbliche Gebäude. Durch die intelligente Steuerung zwischen Einspeisung in das Gebäude und Einspeicherung ist der Betrieb von Haushalts- oder Mediengeräten mit eigenem Strom zu jeder Zeit möglich. Das schafft weitgehend Unabhängigkeit und reduziert die Stromkosten. Bis zu 70% des erzeugten Solarstroms werden im eigenen Haus verbraucht. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Solarbranche verfügen wir über ein hohes Know-how und unterstützen sie sowohl während der Installation als auch in den nachfolgenden Betriebsjahren mit engagiertem Service. Mit neuartigen Funktionen und höchster Effizienz ermöglichen die Produkte der RCT Power maximalen Ertrag und ihre ganz persönliche Zukunftssicherheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017